Mit mehr als nur einer Stippe gleichzeitig angeln. Wie das funktioniert und wie das auch schon im Low Level funktioniert, das zeige ich dir in diesem Video. Wir starten das Tutorial mit einer Stippe im Inventar und wir können uns am Waldsee eine weitere Stippe holen und eine Stunde später eine weitere Stippe holen. Das machen wir mal eben. Also Schnellreise zum Waldsee und wir gehen hier zum Haus. Was man dafür machen muss, damit man ein weiteres Ersatzkit bekommt. Man geht hier auf E, öffnet quasi das Haus, geht dann auf seinen Rucksack, legt das Ersatzset, was man schon einmal hat, hier ist es, in das Haus rein. Dafür klickt man unten auf die Ecke, markiert die Route und dann auf das Zeichen hier ins Haus rein. Zack und damit ist es aus dem Inventar, aus dem Rucksack raus und wir sehen, genau, Inventar ist leer. Jetzt kriegen wir wieder ins Haus rein und ihr seht, ich habe das gerade schon einmal gemacht und jetzt können wir hier uns zwei Bambusrouten aus dem Haus rausholen. Auch da wieder draufklicken. Wir können auch beide markieren mit Shift beziehungsweise mit Steuerung einzeln. Auch diese Möglichkeiten gibt es später im Game auch noch für andere, für den Kescher zum Beispiel. Und wir tun das dann hier über dieses Zeichen in den Rucksack. So, jetzt haben wir im Inventar drei Bambus- oder zwei Bambusrouten und unsere Telestik-Starterroute. Damit reisen wir jetzt zum Moskitosee. Und am Moskitosee angekommen, gehen wir direkt runter hier zum Anleger. Einfach eine ganz gute Stelle, weil wir ja mit den kurzen Routen gar nicht so ganz weit rauskommen und der Anleger ist halt schon ein bisschen weiter draußen gelegen. Das ist doch schon mal praktisch. Wir rüsten unsere Routen aus. Dafür halten wir die Taste U gedrückt. Übrigens die ganzen Tastenkürzel und ähnliches sind schon in einem anderen Video erklärt. Dazu einfach vielleicht das Tutorial mit den Tastenkürzeln dir angucken. Und dann legen wir hier mit U gedrückt einfach die drei Routen, die wir haben, auf die Slots. Die Spinning-Route, die lassen wir mal weg oder die tun wir mal hier auf die 5. Jetzt haben wir hier drei Routen zusammen. Und wir sehen hier schon, gelb markiert, die Routen sind komplett zusammengebaut. Und hier weiß, die dritte Routen ist noch nicht zusammengebaut. Das machen wir jetzt. Also, das hier ist die Bambusroute. Ganz basic, ganz rudimentär. Und die bauen wir jetzt schnell zusammen mit der einfachen Schnur und mit den einfachen Ködern beziehungsweise Komponenten, die wir haben. Wir nehmen hier tatsächlich auch mal diesen rostigen Haken, machen da eine kleine Made vielleicht oder eine Zuckmücke sogar nur dran, was ganz Kleines. Dann haben wir das. Das ist die erste Routen. Die zweite Routen hier. Da haben wir schon 16er Haken und einen Regenwurm. Auch das lassen wir so, wie es ist. Und auf der 1, die ist schon ein bisschen gepimpt. Die ist nicht mehr ganz original. Wie sie verändert worden ist, kannst du in dem anderen Tutorial-Video zum Stippen sehen. Da ist es so, dass ich mir eine andere Schnur gekauft habe, passend zu der Route. Die Routen wird, wie gesagt, in dem Tutorial-Video zum Stippen am Windenbach ausführlich erklärt. So, die Routen, die legen wir jetzt alle einfach mal gleichzeitig hier nebeneinander aus. Das heißt, wir fangen an, machen die auf 50 cm Tiefe, legen die raus hier, 45 % auswerfen, abstellen mit O oder wie gesagt, ich habe es ja auf eine Maustaste gelegt. Und auch hier machen wir ein bisschen tiefer, werfen vielleicht nur 30 % aus, weil die so kurz ist, abstellen und auf der Taste 3, auch hier machen wir nochmal ein bisschen tiefer, auch so auf 30, 40 cm, nochmal ein bisschen weniger und abstellen. So, und jetzt heißt es quasi, ab hier warten. Wir könnten die vielleicht ein bisschen weiter werfen. So, auch so geht das natürlich, Schnur wieder so ein bisschen straffen. Was halt wichtig ist, wenn wir die Routen abstellen, dass wir genug Schnur haben. Ihr seht, die Rute oder die Schnur, die flippt immer noch so ein bisschen rum. Und wenn wir die Routen halt aufheben und die Schnur wäre zu straff, dann zuppelt man in dem Moment, wo man halt aufhebt. Wir können das ja mal so demonstrieren hier. Kann ich die hier abstellen. So, jetzt ist die Schnur richtig auf Spannung. Und in dem Moment, wo ich sie anhebe, zack, zieht man da schon dran rum. Ist halt nicht ganz so ideal, weil wir dadurch halt die Chance haben, dass wir den Fisch, der da gerade dran rumnübbelt, dass wir den vielleicht verscheuchen. Wollen wir ja nicht. So, und jetzt heißt es hier quasi, mit drei Routen und drei Posen gleichzeitig zu angeln. Und das kann man schon in den ersten paar Leveln machen. Denn in den ersten paar Leveln, ja, kann man halt sich ja gratis dieses Ersatzset holen. Und dann eben da sein Glück versuchen. Mit dreien gleichzeitig. Es ist ein bisschen tricky. Es ist auf jeden Fall nicht so einfach, finde ich, wie das Angeln am Windenbach, wo man sich nur auf eine Route konzentriert. Und das hier ist schon ein bisschen anstrengender, weil man einfach auch alle drei im Blick haben muss. Dann muss man gucken, wie ist der Köder runtergegangen? Wie war das Bissverhalten? Also das ist schon deutlich anstrengender hier. Und lasst euch auch da nicht frusten. Es kann durchaus eben passieren, dass da ein Fisch dann nicht hakt. Gerade wenn man hier diesen ganz billigen Haken dran hat, da hakt es dann deutlich schlechter. Da würde ich dann auch so schnell wie es geht einen besseren Haken nehmen. Das heißt, ein bisschen Silber zusammensparen und einen vernünftigen Haken nehmen. Vielleicht sogar für diese beiden Bambusrouten, für die Ersatzrouten, einfach mal zwei Größe 18er Haken verwenden. Diese Größe 18er Haken können wir dann später immer noch super verwenden. Auch wieder für den Windenbach, auch fürs Grundangeln später noch verwenden. Also das sind so Haken, die als Allround-Haken für den Anfang richtig gut sind. Zack, da ist so einer reingegangen. Guck mal da. Und ihr seht, es ist deutlich anstrengender hier auf diesen leichteren Routen mit wenig Tragfähigkeit, dass man da auf A1, dass man da einen Fisch ranbekommt. Und schnell auf die 1 wechseln und doch noch gehakt. Und auf A3 seht ihr, da geht es auch wieder los. So und das ist halt der Punkt, es kann stressig werden. Wenn es euch zu viel wird, einfach eine Route wieder reinnehmen und dann habt ihr, zack, nicht gehakt. Dann habt ihr halt nur zwei Routen draußen und da geht die nächste jetzt auf A2 und auch nicht gehakt. Passiert halt. Aber ihr habt wie gesagt dreimal jetzt die Chance, dass ihr hier Fische bekommt. Von daher ist das wirklich die beste Möglichkeit und die schnellste Möglichkeit natürlich zum einen Posenangeln hoch zu skillen und zum anderen eigentlich auch auf entspannt hier am stehenden Gewässer einfach sich auf die Posen zu konzentrieren. Und die treiben halt dann nicht die ganze Zeit weg. In dem Windenbach-Tutorial habe ich auch noch erklärt, wie man am besten bei schweren Fischen reagiert. Heißt also, auch hier nochmal ein kurzer Einblick. Sollte ein viel zu großer Fisch reingehen, linke Maustaste die ganze Zeit gedrückt halten, versuchen vorwärts zu laufen, langsam Schritt für Schritt, dass man dann bei großem Druck auf der Route und auf der Schnur nicht noch mehr Ruckler quasi produziert durchs Laufen und versuchen die ganze Zeit immer hochziehen, 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 hochziehen. Dann den Kescher raus und versuchen halt den Fisch zu keschern. Auch beim Kescher noch eine wichtige Information, die ich auch schon im letzten Tutorial-Video gegeben habe. Im Inventar unter Zubehör hat man anfangs einen 2-Meter-Kescher, den wegschmeißen, einen neuen kaufen, auch wenn er ein bisschen teuer ist, um die knapp 30 Silber, aber damit kriegt man dann die Fische auch raus. Der ist einfach lang genug, das ist essentiell. Wenn du nicht genau weißt, wie, auf jeden Fall nochmal das Windenbach-Tutorial-Video dazu anschauen. Und da ist tatsächlich doch noch einer dran und es ist noch eine Schläfergrundel. Sehr gut, ja. Und da zuppelt es auf zwei Routen gleichzeitig. Einmal auf A3, hat nicht gehakt, jetzt schnell der Wechsel auf die 1, hat gehakt. Dafür ist es eben auch wichtig, zack, einen Barsch, sehr schön. Dafür ist es eben wichtig, dass man die Tasten belegt, gerade eben auch hier beim Posenangeln. Heißt also U gedrückt halten, Tasten belegen und dann funktioniert das auch ganz gut mit dem schnellen Wechsel der Routen. Zack, ich werfe wieder aus. Gucken wir nochmal kurz auf die Map. Ich stehe ja jetzt hier gerade am Anleger. Eine andere Möglichkeit wäre hier an diesem 1-Meter-Loch an der Brücke oder vielleicht hier in dem Bereich zu angeln. Oder auch gegenüberliegend, hier sind so Schilfbänke, immer wieder an dem Schilf, gerade auch nachts probieren, auf Kaulbarsch zu angeln. Das ist sehr ergiebig, das lohnt sich richtig auch. Gerade am Windenbach ist das somit der leichteste und ergiebigste Fisch, gerade auch in der Nacht. Und da kommt sogar nochmal eine dicke fette Schläfergrundel. Gar nicht schlecht. Sehr gut, so soll das gehen, so soll das weitergehen. Ich hatte jetzt hier gerade in kürzester Zeit, innerhalb einer Minute, drei, vier kleine Fischis sogar. Also das ist möglich mit drei Routen gleichzeitig. Wie gesagt, es braucht immer ein bisschen Skill, es braucht immer ein bisschen Zeit, dass man das auch hinbekommt. Und da ist die zweite auch schon wieder draußen. Wenn dir das Ganze geholfen hat, gerne den Kanal abonnieren. Die Glocke nicht vergessen, damit du auch die nächsten Tutorial-Videos nicht verpasst. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags, immer um 19 Uhr. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.